Herzlich Willkommen heute zum Interview mit dem Heilpraktiker für Psychotherapie, Gopal Norbert Klein. Vielen lieben Dank, dass du dabei bist, vielen lieben Dank, dass du dein Wissen teilst. Und ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, ich selber dachte, das Thema Traumatherapie wäre gar nicht so relevant. Wir sind ja hier auf einer Entdeckungsreise für Entgiftung, für Selbstheilung. Und nachdem ich einen Mitschnitt von einer deiner Live-Veranstaltung gesehen habe, ist bei mir der Groschen gefallen. Da dachte ich, wow, das interessiert ja jeden. Insofern würde ich dich bitten, einfach mal kurz dich vorzustellen und das Thema Traumatherapie anzureißen. Warum es denn für jeden interessant ist, denn vielleicht noch ein Hintergrund. Und wir wissen mittlerweile, dass auch bei Entgiftung das innere Stresslevel und auch die wiederholenden Suchtmuster und ähnlichen Probleme eigentlich letztendlich die größte Barriere darstellen. Und da hoffen wir, dass wir Einblicke von dir erkennen können und wie es funktioniert. Vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Ja, also ich habe mich seit längerer Zeit, seit vielen Jahren mit dem Thema Trauma und Psychotherapie beschäftigt. Auch, ja, aus spiritueller Sicht, habe mich mit ganz vielen Methoden beschäftigt, habe ganz viele Menschen getroffen, Lehrer. Und ich habe für mich herausgefunden, dass der Kern der ganzen Probleme im Prinzip sich auf zwei Dinge reduzieren lässt. Und das ist einmal ein Stresspegel im Körper tatsächlich, der sich mit Willen einfach nicht reduzieren lässt. Und zum anderen Probleme im Kontakt, das heißt, sich im Kontakt zu entspannen, sich wirklich auszutauschen. Und das war einfach so, dass in Beziehungen, wenn Nähe entsteht, dass dann der Stresspegel sozusagen hochgegangen ist. Und das hat mir mehr Schwierigkeiten bereitet, mit Menschen zu interagieren. Und das Ganze ist sozusagen auch wissenschaftlich untermauert. Also der Kern der ganzen Arbeit oder der theoretische Unterbau ist die Polyvagal-Theorie von Stephen Porches, wo ich mich sehr stark orientiere dran. Und die erklärt das im Prinzip. Die erklärt, wie wir funktionieren, warum wir so funktionieren, ist natürlich eine komplexe Angelegenheit. Aber man kann es auch, oder versuche ich hier, das verständlich und kurz zusammenzufassen. Wunderbar. Ich wollte nicht unterbrechen, wenn du gerade... Ah ja, okay. Also... Ja, also nachdem das sozusagen... Also meine Suche, die begann so mit zwölf Jahren ungefähr. Da habe ich mit Therapie angefangen. Und das hat dann 20 Jahre ungefähr, habe ich damit zugebracht. Und es hat alles nichts geholfen. Also klassische Psychotherapie. Völlig nutzlos. Aber eben dann Traumatherapie hat die Wende gebracht innerhalb von einem Jahr. Und nachdem ich dann quasi geheilt war im Wesentlichen, habe ich dann angefangen, auch selber dann anderen Menschen zu helfen. Und das war dann so... Ja, über Jahre Ausbildung gemacht. Also ich habe jahrelang dann auch mit Literatur mich beschäftigt, intensiv, quasi stundenlang, jeden Tag die besten Autoren studiert. Und dann kommt... Also wenn man das wirklich macht in der Breite und die führenden Leute studiert, wie... Also ich nenne mal so ein paar Namen, Steven Porches, Lawrence Heller, Peter Levine und so weiter. Ja, dann kommt... Das ist erst mal sehr komplex, aber man kommt dann irgendwann dahin, dass es letztlich vom Prinzip her doch wieder ganz einfach ist. Und ja, und dieses Einfache heißt letztlich, dass es für unsere Körper einfach um Sicherheit geht. Und alles Leiden entsteht letztlich daraus, dass ein Teil des Nervensystems die Umgebung nicht als sicher einschätzt. Und dieser Teil, den können wir aber nicht direkt mit dem Willen beeinflussen. Wenn wir es aber schaffen, diese Ebene zu erreichen und zu beruhigen, dann lösen sich alle Probleme, die sich da drum herum kristallisiert haben, auf. Weil das ist auch was, was man auch quasi von... Ja, was man wirklich physiologisch untersucht hat. Wenn der Stresspegel hoch ist, dann ändert sich das Immunsystem. Ja, der ganze Organismus funktioniert anders. Und in der Folge entstehen dann einfach unterschiedliche Bilder. Das heißt, der eine kann zum Beispiel eine Allergie entwickeln, der andere Beziehungsprobleme, der nächste baut Unfälle. Ja, das sind alles Möglichkeiten. Depressionen, psychische Sachen, Gelenkprobleme können daher kommen. Ja, und deswegen macht es keinen Sinn, aus meiner Sicht eben an den Symptomen zu arbeiten. Das sind Wichtige. Ich glaube, die können wir relativ häufig erleben. Ich persönlich auch. Und es hat bei mir, wie ich vorher sagte, Klick gemacht, als du das beschrieben hast mit unserer Hirnphysiologie, dass wir immer wieder in einem Stressloop gefangen sind. Ich habe es manchmal als eine Art Gummiband bezeichnet. Dann ist man ein paar Wochen auf dem richtigen Weg, in Anführungszeichen, zur Regeneration. Aber irgendwas kommt immer wieder ins Leben, zufällig. Ich habe selber jahrelang die Beobachtung gemacht, dass ich meine eigenen Muster dazu beitragen, dieses Stresslevel aufrechtzuerhalten. Wir wissen, dass Stress die Entgiftung verhindert, die Selbstheilung verhindert, mal abgesehen von Beziehungsproblemen. Das ist natürlich auch spannend. Du hattest kurz angedeutet, wie das überhaupt funktioniert, damit wir eine Vorstellung haben, welchen Mechanismus wir erlegen sind vom Prinzip her. Und wenn ich das vorwegnehmen darf, du hattest gesagt, dass es für jeden relevant ist im Alltag. Also nicht nur für die, die sich sagen, oh, ich wurde traumatisiert. Denn ein Grund, warum ich mich mit dem ganzen Thema gar nicht auskenne, ist auch, weil ich gar nicht gedacht habe, dass ich das vertragen könnte, dass ich solchen Mechanismen aus Traumen unterliege. Ganz offensichtlich ist das bei mir so gewesen, mein Leben bisher, hoffentlich bisher noch. Ja, wir haben so ein bisschen das Problem mit dem Begriff. Einmal ist Trauma, der Begriff ist problematisch, einmal weil der nicht wirklich die Wahrheit aussagt, weil das, was wir unter Trauma verstehen, ist eigentlich eine hochgradig bewundernswerte Anpassungsleistung. Das würde erst mal das Treffen da beschreiben. Trauma heißt so viel wie, da ist was Schlimmes passiert und das muss man irgendwie heilen oder das muss weg. Aber eigentlich ist das nur eine Anpassungsreaktion vom Körper, die dafür sorgt, dass der Mensch überhaupt überlebt, weiter funktioniert, aber wo der einfach festhängt. Und zum anderen haben wir das Problem, dass die Menschen eben nicht ihre Lebenssituation mit diesem Begriff verknüpfen, aber an dem Begriff hängt das ganze Wissen, was eigentlich für jeden relevant ist. Deswegen denken die meisten, Traum habe ich einen sich so wie du vielleicht oder denkt man erst mal, so wie mir auch, mir ging das auch so. Ich wusste früher nicht, dass ich damit irgendwas zu tun habe. Ich dachte, das betrifft hauptsächlich irgendwie Überlebende von Katastrophen oder von schweren Unfällen, sonst was. Dass das noch andere Ebenen hat, das war mir nicht klar. Und dadurch hat mir das Wissen gefehlt. Und dieses Wissen, das ist einfach, was da notwendig ist und was im Prinzip jedem helfen kann, ist, wenn wir begreifen, wie unser autonomes Nervensystem funktioniert. Und das können wir begreifen, wenn wir uns anschauen, wie die Situation bei Tieren ist in der Natur. Wir sind letztlich auch nur Säugetiere. Und die Reaktionsmechanismen auf Gefahr, die sind bei uns im Prinzip die gleichen, wie bei allen höher entwickelten Tieren. Und da gibt es quasi eine neurophysiologisch vorgegebene Randfolge. Wenn ein Tier in Gefahr ist, reagiert das zuerst mit Kampf oder Flucht. Und wenn Kampf oder Flucht nicht möglich sind, reagiert es mit dem Todstellreflex. Das sind so die grundlegenden Vorgänge und die machen biologisch Sinn. Ja, also wenn ein Angreifer kommt, macht es Sinn zu fliehen oder zu kämpfen, um zu überleben. Es geht immer nur ums Überleben letztlich. Das ist vorrangig für unseren Organismus. Und wenn Kampf und Flucht nicht möglich ist, weil der Angreifer zum Beispiel überlegen ist, ja, dann kann ich noch versuchen, mich totzustellen und uninteressant zu werden. Und das heißt, es kann auch sein, dass ich dadurch so etwas überlebe. Das ist quasi im Tierreich, wie das dauernd passiert. Dass das was mit uns zu tun hat. Da kommen wir nicht so ohne weiteres drauf. Tatsächlich ist es aber so, dass das bei uns im Prinzip auch ständig abläuft. Weil diese Vorgänge, Kampf oder Flucht, und Erstarrung, also Todstellreflex, das ist etwas, was wir in dem Sinne nicht bewusst machen, sondern das sind Vorgänge im Körper, die der Körper autonom, also auf Ebene des autonomen Nervensystems macht. Wenn also wir in Gefahr sind, dann ändert sich unsere gesamte Physiologie. Hormonhaushalt, wie die Nervenbahnen laufen, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Wir werden quasi komplett umgebaut, um mit Kampf oder Flucht fertig zu werden. Und das heißt, im Wesentlichen Energiebereitstellung. Also der Körper liefert uns ganz viel Energie für Kampf oder Flucht. Automatisch. Wir können das gar nicht verhindern. Und wir können das auch nicht machen. Und das macht auch Sinn. Das Problem ist nur, wenn wir quasi, wenn wir aus einer Situation herauskommen, die lebensgefährlich war, und der Organismus damit aber nicht aufhört. Das heißt, wenn der weiter Stresshormone produziert, wenn wir weiter im Tunnelblick durch die Welt gehen, dann sind wir physiologisch in einem Zustand, mit dem wir im Alltag ein Problem haben. Also wenn ich hochgradig aktiviert bin, und es ist aber gar keine Gefahr mehr, dann komme ich im Alltag schlecht zurecht und der Körper, der wird überlastet, weil der sich ja gar nicht mehr erholen kann. Und in diesen Zuständen ist es so, dass der Teil von uns im autonomen Nervensystem, der für soziale Interaktion und Beziehung zuständig ist, der ist offline. Das heißt, wir können schlecht Mimik lesen, wir haben keine Lust mehr auf Kontakt. So was, was wir jetzt machen. Also wir können nicht mehr interagieren. Wir werden quasi zu Soziopathen, wenn ich das mal dramatisch zusammenfassen darf. Und das ist ja das große Stichwort Stressbewältigung. Ich glaube, das ist vielen bewusst, dass wir im Dauerstress erleben. Wie brennt sich das ein? Also wie wird jetzt die Traumatherapie interessant? Ich glaube, das ist für viele Menschen extrem interessant. Also genau, da müssen wir jetzt noch mal kurz unterscheiden, was für Traumaformen es gibt. Es gibt viele, wir picken uns zwei raus, nämlich Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Das sind die, die relevant sind. Es gibt noch generationsübergreifendes Trauma, Sekundärtrauma. Das ist jetzt alles nicht so interessant. Aber diese zwei Sachen mal. Schocktrauma heißt, ist das, was wir normalerweise unter Trauma verstehen. Das heißt, uns geht es gut und plötzlich passiert was ganz Schlimmes und danach geht das Leben nicht mehr so weiter wie vorher. Das ist das, was man unter Trauma normalerweise versteht. Und wir können einen Autounfall nehmen. Das heißt, jemand, der ganz normal gesund ist, ein glückliches Leben hat, hat vielleicht einen schweren Autounfall und danach stimmt irgendwas nicht mehr. Das heißt, das Nervensystem ist durch diesen Vorgang so aktiviert oder erstarrt, dass der Mensch danach nicht mehr in den Zustand von Sicherheit kommen kann und somit nicht mehr in den Zustand von Entspannung und sozialer Interaktion. Das sind also Menschen, die dann Gefühlsausbrüche haben, Panikattacken oder erstarrt sind, dissoziiert sind, sich tot fühlen. Die kommen nicht mehr klar. Das ist das sozusagen, was da im Körper passiert. Und das ist aber nicht das, worunter die meisten leiden, sondern worunter oder wo die ganzen Probleme eigentlich herkommen, ist das, was man Entwicklungstrauma nennt. Und das heißt einfach, dass in der Welt und insbesondere in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen hier, dass wir in den ersten drei Jahren Beziehungsmuster erleben, die so hochgradig destruktiv sind und unangemessen an dem, was unsere Körper als Baby eigentlich brauchen, dass das eine Wirkung hat auf den Rest des Lebens. Und das ist deswegen so, weil das Nervensystem und das Gehirn, das entwickelt sich quasi erfahrungsabhängig. Das bedeutet, jemand, der einen Autounfall hat, mit einem erwachsenen, stabilen Nervensystem, da schlägt etwas in ein stabiles, gesundes Nervensystem ein. Wenn aber ein Kind aufwächst, das heißt, das Nervensystem entwickelt sich noch und es erlebt Gefahr oder Bedrohung oder Vernachlässigung, dann quasi entwickelt sich das gesamte Nervensystem für eine Umgebung, die inadäquat ist. Und das verursacht hochgradigen Stress, weil das ist für ein Kind nicht lösbar. Das Kind braucht Zuwendung, das braucht Sicherheit. Und wenn es das nicht bekommt, dann muss das Nervensystem in der Wachstumsphase sich verrenken, um das Ganze überhaupt irgendwie zu überleben. Und das entwickelt sich dann für eine Umgebung, die zum Beispiel gewalttätig ist. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass jemand hochgradig wie gelandt ist, also der ist überwach, weil das ganze Nervensystem sich entwickelt hat für eine Umgebung, die ständig aus dem Nichts Gefahren produzieren kann. Das kann sich das Nervensystem nicht leisten, zu entspannen. Und wenn jemand so aufwächst, dann ist der als Erwachsener genauso hochgradig, wach, hochgradig Aufmerksamkeit, auf nicht irgendwas passiert. Und dann sagen wir, wir kommen aus dem Stress nicht raus. Das ist eine Variante. Andere Variante, wenn zu wenig Bindung war in der Kindheit und sozusagen das Nervensystem bis zur Abschaltung gegangen ist, also bis zum Totstellen, dann wachsen die Menschen auf mit dem Gefühl, dass da niemand ist. Nur die sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie das Gefühl haben, dass da niemand ist, weil die kennen gar nichts anderes. So, und wenn man jetzt mit so jemandem in Verbindung versucht zu treten, dann wird das ganz schwer, weil da ist niemand, da ist nichts, mit dem ich in Interaktion treten kann. Und die selber können das auch nicht und dann führt es eben zu Leiden, weil wir brauchen die Verbindung. Und das ist das, wo quasi, wo das einfach für jeden relevant ist, weil so wie wir hier aufwachsen, können wir sagen, dass im Prinzip jeder ein Bindungstrauma hat. Wir sind im Prinzip eine komplett bindungs-traumatisierte Gesellschaft. Wir wissen nicht mehr so wirklich, wie wir in Kontakt kommen und uns dabei wohlfühlen und entspannen können. Und alles, was wir als Erwachsene als Leiden erleben, stammt im Prinzip immer aus den ersten maximal drei Lebensjahren. Das heißt, jemand, der chronisch einsam ist, der chronisch Stress hat, das ist nicht der Stress von heute. Das ist immer das, was im Beziehungskontext in dieser ersten Lebensphase in das Nervensystem zementiert wurde. Und die große, und das, ja, das Problem ist eben, dass man versucht, dass man das nicht von außen einfach so bearbeiten kann, weil das sind quasi Verschaltungen tief im Hirn, die sind in den ersten Lebensjahren angelegt worden. Und da reicht es nicht, eine Pille zu nehmen oder ein bisschen Psychotherapie zu machen oder, ne, weil das wird, dieser Stresspegel, der da nicht gelöst ist, der wird sich irgendwo, irgendwie wieder manifestieren. Und das reicht zum Beispiel auch nicht, man kann sich ja mal fragen, ja, wenn ich das System von außen entspanne, zum Beispiel mit einer Massage, habe ich ja keinen Stress, ne? Also während der Massage oder danach, kurz danach, ist ja der Stress weg. wieso kommt der eigentlich wieder? Der kommt wieder, weil sozusagen der Hirnstamm auf Ebene des Hirnstamms nicht angekommen ist, dass die Gefahr vorüber ist. Das heißt, es wirkt von außen was auf das System ein, was das runterfährt, aber der, sozusagen, die tiefen Hirnschichten, die fahren das wieder hoch, weil das da nicht angekommen ist, dass das vorüber ist. Und das kann nicht ankommen, wenn das von außen einwirkt. Da muss man also anders vorgehen. Das ist schon sehr große Neugier, wie es denn funktioniert. Wenn du es andeutest, da muss man anders vorgehen. Vielleicht noch eine Anmerkung. Bei mir hat es auch Klick gemacht mit dem Stichwort der Ohnmacht, dass also dieses Todstellen oder dieses Einbrennen auch mit Ohnmächtigkeit verbunden ist, weil auch in der Burnoutprävention oder Regeneration spricht man von ähnlichen Situationen, wenn der Mensch auch im bewussten Zustand oder halbbewusst den Eindruck hat, keinen Einfluss zu haben, nichts ändern zu können. Und du sagst, wenn problematische Erfahrungen in den ersten drei Jahren, wenn ich jetzt an Kinderkrippe, an das geborenwerden im Krankenhaus und so weiter denke, dann müsste das ja eigentlich schon ausreichen, um Notprogramme hochzufahren. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Ich habe Leute, lauter Leute, das reicht aus, eine Woche im Brutkasten reicht aus, damit jemand sich bis zum Rest seines Lebens damit rumquält, um damit zurechtzukommen. Also wir sind das so, das geht nicht, dass man ein Kind von der Mutter trennt. Das ist wahr, das ist verrückt. Das ist kompletter Irrsinn. Also da fehlen mir fast die Worte. Ich habe ja die Leute in der Praxis, wie das Leiden ist, das kann man sich einfach kaum vorstellen. Und der Punkt mit der Ohnmacht ist, das ist sozusagen, also vielleicht noch mal kurz zu diesen Zuständen. Wir haben im Prinzip nur drei Zustände. Sicherheit, Wohlfühlen, Kontaktverhalten, so wie jetzt. Also wir zwei, gehe ich von aus, uns ist klar, dass wir jetzt füreinander keine Gefahr darstellen. und dann können sich unsere Systeme so ein bisschen entspannen und wir können sozial interagieren mit Sprache und Mimik. Das ist also, wenn das System im Normalzustand ist. Dann gibt es diese Aktivierung für Kampf oder Flucht, wo das System hochgradig geladen ist mit Energie. Und dann gibt es eben den Shutdown. Das heißt, wenn wir erstarren. Und diese Erstarrung passiert dann, wenn zu dieser Aktivierung Ohnmacht kommt. Also wenn ich nicht weg kann. Hochgradige Aktivierung mit nicht handeln können, weil diese Energie will ja über den Körper ausagiert werden, mit Kämpfen oder Fliehen. Und wenn das nicht möglich war, dann ist das wie das System fährt hoch, kann nichts machen, rums, und dann erstarrt das. Und das ist immer dann, wenn Ohnmacht und Lebensgefahr zusammenkommt. Das nennt man auch die traumatische Zange. Und das ist ein physiologischer Zustand, wo man sich auch nicht einfach so mit dem Willen befreien kann. Und das könnte aktiviert werden in der Zeit, wo ich als Kind ohnmächtig der stressigen Einflüsse war und hat sich im Stamm dann konserviert, sodass ich jetzt die Erklärung hätte, warum ich immer wieder mit ähnlichen Sachen und spätestens nach ein paar Wochen der Linderung anfange und grundsätzlich nie so richtig in die Entspannung komme und in die Heilung komme. Immer wieder neue Methode, immer wieder neue Suche. Genau. Also wir leben eigentlich, im Prinzip leben alle Menschen in den Inhalt der ersten, also neurophysiologisch gesehen, in den ersten drei Lebensjahren. Da ist so viel, in der Gesellschaft wird da so viel, schlägt da so viel Ungutes ein, dass die Menschen quasi darüber, was diese tiefen Ebenen angeht, nicht drüber hinaus kommen. Im Prinzip kämpft jeder damit, sozusagen mit sozusagen Vorgängen auf der Erwachsenenebene, um diesen Stresspegel, diesen Erregungspegel in sich runterzufahren, zu beruhigen und das kann alle möglichen Formen annehmen. Das kann zum Beispiel sein, Süchte, das kann sein, sich überarbeiten, in der Hoffnung, dass ich irgendwo irgendwann ankomme und dann endlich entspannen kann. Das liegt also immer irgendwie in der Zukunft. Erlösungsillusionen nennt man es, glaube ich. Ja, oder die Meditationsmethode oder der Arzt oder das Medikament oder das Verfahren. Bei allen, wenn man danach fragt, sagen alle dasselbe. Die sagen alle dasselbe. Wenn das und das und das, dann kann ich endlich entspannen. Und das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen uns zu entspannen und das klappt einfach nicht, weil wir nicht wissen, wo wir da wirklich ansetzen sollen, weil wir es immer nur im Außen versuchen und wir nicht wissen, was unsere Körper eigentlich brauchen, um sich zu entspannen und um da sozusagen was zu verändern. Ja, ich bin gespannt. Ja, und deswegen inszenieren wir das auch immer wieder. Weil das Nervensystem, das lernt ja in den ersten drei Lebensjahren ein Beziehungsmodell. Also wie kann ich mit der Welt in Interaktion treten? Zum Beispiel, da ist niemand, ist destruktiv oder das, was da ist, ist gewalttätig und unberechenbar. Und diese Muster, die inszeniert das Nervensystem immer weiter, ja. Quasi, es hat gar keine andere Chance, weil es ja nur diese Muster kennt, auch wenn die total destruktiv sind. Das System hat keine andere Schublade, um mit der Welt in Verbindung zu treten. Also inszeniert es diese Konstellation mit den Folgen dann eben. Und dann entsteht Leiden, ja. Und dann ist eben die Frage, ja, wie komme ich da raus? Das ist so jetzt die große Frage. Also selbst wenn ich ein vernunftbegabter Mensch bin, heißt es nicht, dass ich nicht unterschwellig, völlig unbewusst immer wieder dazu beitrage. Ich glaube, wir haben in der Heimat, wir haben so ein Stichwort oder so einen geflügelten Satz, mit dem Arsch einreißen, was man mit den Händen aufgebaut hat. Dass dieses Unterbruch immer wieder, immer wieder, immer wieder und in das nächste immer noch mehr Hoffnung reinsetzen mit der Methode. Diesmal wird es aber klappen, aber letztendlich. Und das kann dann auch irgendwie zur Verzweiflung oder selbst zur Aufgabe führen, weil das bringt doch alles nichts. Genau. Kann ich auch bei meinem Suchtmuster bleiben, so nach dem Motto. Ja, und das liegt einfach daran, weil wir haben drei, im Prinzip drei Hirnschichten, also Großhirn, Kortex, limbisches System und Hirnstamm und die ganzen Probleme, die sind eben unterhalb des Kortexes und im Prinzip auch unterhalb des limbischen Systems. Also sozusagen, Hirnstamm ist Überlebensfunktion, das was ich beschrieben habe, limbisches System, da ist so die Gefühlsebene und Kortex ist so Verstand. Und wir versuchen quasi, mit dem Verstand etwas zu machen, um eine Veränderung zu erreichen, deren Ursache aber im Hirnstamm ist oder im limbischen System. Das heißt, wir versuchen quasi, das nennt man Top-Down-Ansatz, von oben nach unten eine Veränderung im Organismus zu bewirken. Und das eben stellt sich eben raus, das funktioniert einfach nicht. Entweder gar nicht oder zu wenig oder schlecht, weil ich so rum diese Ebene nicht wirklich erreichen kann. Diese Überlebensebene, das ist da, wo Reflexe sitzen. Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Reflex abtrainieren wollte oder da was verändern wollte mit dem Verstand oder mit irgendwelchen Übungen oder mit irgendwas. Ich komme da nicht wirklich hin. Aber einige versuchen dann so verrückte Sachen wie Hypnose, um irgendwas komplett umzuprogrammieren und davor habe ich ehrlich gesagt großen Respekt. Ja, also ich bin kein Freund von Hypnose. Also ich halte das für keine gute Idee, weil das ist quasi, das ist der gleiche Ansatz, nur mit noch mehr Gewalt, sozusagen damit versuche ich mit Gewalt noch tiefer zu kommen, was ich erkomme ja auch tiefer, aber das, was ich dann da mache, das ist ja was, was jemand quasi, das ist ja nicht dem Organismus entsprechend, sondern ich quasi, das ist ja wie eine Injektion von außen und der Körper, ich weiß gar nicht, was der eigentlich wirklich braucht. Ja, also ich halte das für gefährlich. Es gibt Leute, die profitieren davon. und ich finde es bedenklich, also es fühlt sich für mich auch nicht gut an und es muss auch nicht sein. Es geht einfacher. Das ist das interessante Stichwort jetzt. Ich bin ganz gespannt, was ich machen kann, was sind die Methoden, wie kann man vorgehen, aber auch ohne Schaden anzurichten oder deine Erfahrungen dann auch zu nutzen. Ja, also worum es geht, ist immer nur Sicherheit. Ich muss also helfen, dass der Körper begreift, dass es sicher ist und zwar auf Ebene Hirnstamm, auf Ebene autonomes Nervensystem. Das reicht nicht, wenn ich mir das einrede, aber man kann, man muss also tatsächlich, also sozusagen, auch wie ich es eben beschrieben habe, top down arbeiten, von oben nach unten, aber anders und man muss insbesondere von unten nach oben arbeiten, also bottom up. So, das heißt jetzt einfach, der Punkt ist ja, wenn ich leide, dann stimmt etwas an der Körperphysiologie, also an der Körperwahrnehmung nicht mit der äußeren Umgebung mehr überein. Also nehmen wir mal an Stress oder Angst oder was. So, das heißt, der Organismus glaubt immer noch, es ist Gefahr oder hängt fest irgendwo und ich muss quasi oder eine Möglichkeit, um eben von oben runter, tatsächlich mit dem Verstand, da einzuwirken ist, die Umgebung zu prüfen. Das ist was anderes, als sich einzureden, wenn das alles sicher ist. Es geht darum, wirklich zu prüfen objektiv. Das heißt, ich orientiere mich im Raum mit allen Sinnen, auch mit dem Körper zum Beispiel. Ich drehe mich um und gucke erst mal, wo ich hier überhaupt bin. Wen habe ich vor mir? Wer redet mit mir? Wo bin ich eigentlich? Hier ist mein Körper. Das nennt man Orientierung und das führt dazu, dass ich über die Sinneseindrücke dem Nervensystem helfe, hier jetzt anzukommen, weil die Sinneseindrücke, die sind jetzt hier und wenn die sozusagen in das System reinkommen, dann bringt es das System mehr nach hier, statt in Zustände aus der Vergangenheit. Wenn ich also mehr erstache und die Augen zugehen lasse und weniger so Eindrücke habe, dann hat das System mehr Chancen, alte Zustände hervorzuspülen. Aber wenn ich wirklich gucke, vor allem mit den Augen, wirklich gucke, dann bin ich hier und hier jetzt ist es ja ungefährlich. Also wirkt sich das aus auf den Organismus. So eine Möglichkeit. Dann ist immer gut, sich zu bewegen, weil, also wir hatten ja gesagt, im Prinzip alle Zustände oder Leidenszustände basieren auf einer Mobilisierung im Körper und das bedeutet immer, der Körper will, oder wollte sich bewegen, entweder kämpfen oder fliehen und das ging nicht oder wurde verhindert, was auch immer. In dem Moment, wo ich den Körper bewege, bewusst bewege, kann ich nicht mehr erstarren. Und wenn ich zum Beispiel Sport mache oder Kampfsport, dann gebe ich dieser hohen Ladung einfach auch einen Kanal, wo die hin kann. Das ist zum Beispiel etwas, was ich einfach von außen machen kann. Dann, abreagieren, Stichwort sozusagen. Ja, es ist gut, das bewusst zu machen. Also, abreagieren hat so ein Touch von quasi sich dabei auch vergessen. Kann man mal machen, klar, mal auf ein Kissen hauen oder im Sand, zack und so und sich mal vergessen. Aber gut ist es, das bewusst zu machen. Also so, dass man den Körper dabei spürt. Das ist wichtig, weil ich sonst, weil quasi diese Zustände, die bedeuten auch, dass ich aus der Körperwahrnehmung rausgehe. Und wenn ich ganz in den Körper zurückkomme, dann bin ich sozusagen wieder hier jetzt, wo es sicher ist. Also wir können auch sagen, das Ganze dient dazu, wieder in die Körperwahrnehmung zu kommen. Also, das sind ja, das sind so körperliche Sachen, die man machen kann. Dann, was dem Organismus am meisten hilft, sich sicher zu fühlen, ist sozialer Austausch, sozialer Kontakt, Verbindungen, vor allem langfristige Verbindungen, Beziehungen. Aber da laufe ich vielleicht die Frage, um meine problematischen Muster zu füttern. Gibt es da Spielregeln, wie das förderlich sein kann? Ja, also erstmal kann man vielleicht nichts anderes machen, als mit den alten Mustern in Interaktion zu treten. Das ist aber besser als gar nicht. Also es ist einfach wichtig, Kontakt zu haben. Das macht man auch, wenn zum Beispiel jemand ein Flashback hat und durchdreht, dann zwingt man den in die Wahrnehmung, zum Beispiel, dass der mein Gesicht sieht und dass der zur Wahrnehmung von mir kommt. Und dann so bringt man Leute da zum Beispiel wieder raus. Und das ist etwas, was wir brauchen, was der Organismus braucht. Dann je mehr der davon hat, desto ruhiger wird es. Jetzt haben wir halt das Problem, wenn eben Traumatisierung, und das ist ja in der Kindheit meistens der Fall, im Beziehungskontext stattfindet. Dann habe ich eben was verschaltet, was nicht zusammengehört. Zum Beispiel Nähe, Geborgenheit, Körperkontakt mit einem anderen Menschen, mit Gewalt, Übergriff, oder ist es niemand da, oder der verlässt mich. Man kann es halt sein, als Erwachsener, ich will jetzt da irgendwie hin zu den Menschen, aber irgendwie geht es nicht, oder ja, ich habe Angst, oder so. Das ist einfach die Kunst, dann in der Therapie, sozusagen zu helfen, dass derjenige nach und nach diese Muster hinter sich lässt, einfach weil er erkennt, dass heute andere Menschen da sind, und wieder in den Kontakt findet. Also die ganze Heilung bedeutet einfach nur, dass wir zurück in die Körperwahrnehmung kommen und wir uns wieder mit Menschen verbinden können. Dann kommt alles zur Ruhe. Und man kann das auch umgekehrt sagen, bei allen, die jetzt zu mir kommen, wo es egal, um welche Probleme geht, kann man immer sehen, dass da Kommunikationsprobleme und Probleme im Kontakt, in der Verbindung da sind und auch in der Körperwahrnehmung. Das hängt einfach alles zusammen. So, das war die Beziehungsebene und das, was im Körper, ich hatte jetzt, was den Körper angeht, nur top down, sozusagen das angesprochen, das, was man im Körper eigentlich machen muss, ist eben bottom up arbeiten. Das heißt, ich arbeite mit dem Körper und beeinflusse sozusagen dadurch die Programmierung im Hirnstamm. Und dann habe ich eine Wirkung von unten nach oben, weil ich erreiche, über die Körperebene erreiche ich den Hirnstamm, weil das ist direkt am, das ist sozusagen am nächsten, die Signale, die gehen hier durch, durch den Hirnstamm, durch den Thalamus in den Kortex und über den Körper erreiche ich diese Ebene und über den Verstand erreiche ich die einfach ganz schlecht. Deswegen ist immer Körperarbeit das, was hilft. Was heißt in dem Fall Körperarbeit? Körperarbeit heißt zum Beispiel TRE, also Tension and Trauma Releasing Exercises von David Berselli. Das ist so, das ist das auch, was ich anbiete, das Beste, was ich so, was ich im Moment am besten halte. SE zum Beispiel, Somatic Experiencing, geht in eine ähnliche Richtung. Der Ansatz ist ein bisschen anders, aber im Prinzip ist die Richtung die gleiche. Und einfach alle Arbeit im Körperberührungskontext, wo jemand, ein Therapeut anwesend ist und diese Traumathematik versteht, kann helfen, in den Körper zurückzukommen. Und darüber erreiche ich eben diese Ebene. Und der Punkt ist, wenn das System eben, also der Körper, wenn der durch alle diese Maßnahmen anfängt, sich zu beruhigen, dann beginnt die Entladung. Das heißt, es kann sein, dass der Körper anfängt, sich zu schütteln oder zu zittern oder zu zucken. Und das sind dann Vorgänge, die wirklich auf Hirnstammebene durchgeführt werden, die das System aber selber macht. Das ist der Punkt. Wenn ich bewusst mich schüttle, da passiert gar nichts. Aber wenn die Sicherheit, so viel Sicherheit in diesen tiefen Schichten ankommt, dass der Hirnstamm anfängt, diese Entladung zu beginnen, dann ändert sich was grundlegend. Und die Entspannung, die dann kommt, die ist so fundamental, dass das zum Beispiel auch sein kann, dass man plötzlich, dass die Welt ganz anders aussieht. Also ich hatte das einmal nach einer TAE-Sitzung. Das war, als hätte ich die Welt noch nie gesehen, wirklich. weil dauernd diese Schleier vorher vor den Augen waren. Und das ist einfach die Hirnphysiologie. Ja. Ich hatte mal in meiner Unterhaltung, da wurde eine alte Frau reizitiert, die meinte, ah, wenn du dann unterwegs bist auf Reisen und am Strand sitzt, dann kann es sein, dass die alten Emotionen, die eingefroren waren, zu schmelzen, so wie Eiswürfel. Und dann willst du aufspringen und dich ablenken, aber lass mal, lass mal das hochkommen. Du hattest aber erwähnt, das sind jetzt zwei Fragen, es geht gar nicht, es geht gar nicht um die Emotionen, sondern um diese, tatsächlich um diese Verschaltung, um die Nervenströme. Und zweitens, die Frage wäre, was kann ich denn selber machen oder woran erkenne ich, dass ich mehr Hilfe brauche, wenn sich das Problem anfängt zu lösen und ich eben mehr oder was anderes als Tiefenentspannung erlebe? Also wie komme ich aus Krisen raus? Das ist eine große Frage. Ja, also es geht insofern nicht so wirklich primär um die Emotionen, weil die von der Hirnregion über dem Hirnstamm sind, im limbischen System und Trauma hat immer was mit Überlebens zu tun und das ist eben Hirnstamm und das sind, also das kann man sich auch einfach vorstellen, Stress ist in dem Sinne keine Emotionen. Ich halte auch Angst für keine Emotionen. Das sind alles Vorgänge, wo es ums nackte Überleben geht und das ist Hirnstamm, Reflexe, Erregungspegel, da ist das Problem und wenn das sozusagen, wenn da schon alles überladen ist, dann gibt es überhaupt keinen Raum in dem Organismus was zu fühlen, weil zum Beispiel unter großer Angst kann man schlecht Freude empfinden oder Trauer oder sowas und andersrum, wenn diese Ebene beruhigt wird, wenn also der Organismus nicht mehr im Überlebenskampf ist, dann ist der Raum die Kapazität im Nervensystem, wieder da Emotionen zu erleben und dann kann es natürlich sein, dass man da auch arbeiten muss, aber das geht nicht, wenn man diese Ebene darunter einfach ignoriert. das funktioniert nicht und in der Psychotherapie hat man eben bisher oder hauptsächlich eben nur Verstand und Emotionen betrachtet und diese grundlegenden Überlebensfunktionen, autonomen Nervensystem, die wurden einfach nicht adressiert, deswegen hat das auch alles, funktioniert das auch alles nicht so wirklich optimal, aber jetzt ist man halt zum Glück ein Stück weiter und erkennen für sich kann man das ganz einfach, wenn man das Gefühl hat, dass immer so eine Dramatik da ist, wenn ich dauernd irgendwie am Kämpfen bin, am Ackern, so als ob ich dauernd irgendwie ums Überleben kämpfen muss, wenn ich dauernd in einer hohen Aktivierung bin, also unter Strom stehe, eine Variante, Gefühlsausbrüche habe, zu Ängsten, Panikattacken neige oder eben, wenn mir alles egal ist und ich eigentlich aufgegeben habe und innerlich abgeschaltet habe und so, das sind so Signale, Zeichen, auch wenn ich zum Beispiel keine wirkliche Lust auf Kontakt habe, auf Menschen, das ist ein Zeichen, dass eben diese höheren Hirnfunktionen runtergedimmt sind, weil in einem gesunden Zustand ist die Bewegung ganz natürlich auf andere Menschen zu, das wollen wir einfach, weil wir das biologisch brauchen. Also diese Einsiedler-Tendenz oder diese spirituell angehauchte Solitude, das Klarkommen mit der Einsamkeit hier bis hin zu Höhlenmeditation ist gar nicht normal. Wir sind also deiner Ansicht nach auf auch noch soziale Tiere und es wäre schon ein Indikator, wenn wir uns zurückziehen, dass da ein Alarm ist. Ja, auf jeden Fall. eingeengten Hirn- oder Emotionsraum sind. Es könnte also ein gutes Zeichen sein, wenn auf einmal negative Emotionen rausbrechen, weil ich dann merke, dass mein Spielraum größer wird. Genau, das heißt, dass sozusagen, wenn du quasi im Shutdown warst und du kommst dann, das ist sowieso der Weg sozusagen für jeden, wenn jemand im Shutdown in der Erstachung ist, wenn das sich auflöst, dann kommt zuerst die hohe Aktivierung und das ist Wut, Hass, Aggressionen, ja, explosionsartige Sachen, also diese ganze hohe Ladung, die eigentlich für Kampf, für einen Todeskampf im Organismus bereitgestellt wurde. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass was vorangeht und es muss aber so passieren, dass das nicht, wie soll ich sagen, wenn das so explosionsartig ist und der Cortex sozusagen da wieder offline geht, dann ist das keine Integration, ja, das muss also so langsam passieren, dass ich als Erwachsener dableiben kann und das erleben kann, ohne überflutet und weggeschwemmt zu werden. Sonst ist das wie so, sonst falle ich in diese Ausbrüche rein und bin aber irgendwie unbewusst, der Erwachsene ist weg und dann kommt irgendwann wieder die Abschaltung und da ist dann, da ist sozusagen, dann ist wieder alles weggedrückt und es kann sein, dass es auch so hin und her pendelt und da halten nichts. Das heilt, wie gesagt, wenn man diese hohe Ladung vorsichtig antriggert und wenn die von dem Erwachsenen bewussten Ich vollständig erlebt werden kann, dann kommt es zur Integration, sonst nicht. Und das ist halt so, was Traumatherapie macht, die sorgt einfach dafür, dass die Entladung nicht explosionsartig rauskommt, sondern eben langsam, dass das dosiert wird. Und jetzt habe ich deinen zweiten Teil vergessen, was war nochmal der zweite Teil der Frage. Wenn ich jetzt selber merke, dass etwas herausbricht, dass es ein Anzeichen für die Entwicklung sein kann und das ist ja manchmal relativ spontan, das Leben ist drama sozusagen, wenn ich merke, hey, mal platt ausdrückt, jetzt kriege ich so einen Hals und jetzt weiß ich, wenn ich den Hals irgendwie rausfahre oder unterdrücke, in mich reinfresse oder jemanden auf die Fresse haue, reflexartig, dann wird das wahrscheinlich nicht zur Heilung beitragen. Wenn ich jetzt keinen Therapeuten greifbar habe, keine Gruppe oder keinen Termin, wie kann ich dazu beitragen, dass ich diesen Ausbruch oder dieses erstmalige Wiedererleben möglichst zielführend nach deiner Sicht erleben kann? Ja, also im Prinzip es gibt drei Varianten. Man kann diese Bewegung, die kann man entweder unterdrücken, man kann sie ausdrücken, also ich, was weiß ich, ich ignoriere es innerlich und spalte das ab oder ich drücke es aus, haue jemanden eins auf die Fresse, Extremfall oder ich erfahre diesen Zustand und mache nichts damit. Diese drei Varianten haben wir. Und am weitesten weg von der Heilung, das heißt, das, was sozusagen die stärkste Traumatisierung letztlich darstellt, ist, wenn es innerlich unterdrückt ist, wenn zum Beispiel Menschen gar nicht mehr wissen, dass sie wütend sind, wenn sie das sagen, das Gefühl habe ich nicht, das halte ich noch nie, dann ist das ganz weg. Die brauchen also erstmal einen Zugang dazu. Wenn du es jetzt so ausbricht, wie du sagst, dann geht es darum, das erstmal innen, sozusagen zu kanalisieren, ohne dass Zerstörung passiert. Weil wenn das, wenn man aus dem Shutdown kommt und das kommt raus, ist das erstmal so explosionsartig, dass man das quasi wenig kontrollieren, wenig steuern kann, weil das so eine Ladung hat, weil das so lange unterdrückt wurde. Es geht ja ums Überleben und wenn das passiert, geht es darum, das zu merken einmal und dann zum Beispiel einfach aus der Situation rauszugehen. Einfach sofort raus aus der Situation gehen, wenn es geht. Eine Variante. Andere Variante ist, es bezieht sich ja meistens auf Menschen, ist meistens im Beziehungskontext, wo das dann losgeht. Andere Variante ist, ich gehe sofort weg von diesen Menschen, gehe in ein Nachbarzimmer und hau auf den Kissen. Oder wenn es an der Arbeit ist und da ist nichts, dann mache ich das abends. Das kann man auch immer nachträglich noch machen. Oder ich gehe in mein Zimmer und schrei rum und schrei den an im Geiste. Das sind erstmal alles Wege, um dieser Energie einen Kanal zu geben, der nicht zerstörerisch ist. Weil wenn ich meinen Chef anschreie, mit der Wut, die eigentlich zu meinem Vater gehört, dann habe ich vielleicht am nächsten Tag keinen Job. Ist vielleicht auch unangemessen. Das wäre also nicht so prickelnd. Also muss ich erstmal dieser hohen Energie einen Kanal geben. Irgendwohin. Oder wenn ich in den Wald gehe und renne. So, das ist der erste Schritt. Nächster Schritt ist, dass ich anfange, diese Zustände zu kommunizieren. Also, das heißt, im Idealfall dem, gegenüber dem, den es betrifft. Zum Beispiel, ich bin stinksauer oder das macht mich wütend oder das macht mich traurig. Da ist jetzt ganz viel Hass, nachdem du das gesagt hast. So, das ist halt ein Schritt weiter. Das ist dann nicht so einfach, aber das ist sozusagen ein Schritt weiter, um aus diesen Polen von Unterdrücken und Zerstörerischem Ausagieren rauszukommen. und der Ausweg daraus ist immer Kommunikation mit dem, den es betrifft. Weil wenn ich was kommuniziere, dann muss ich es nicht mehr unterdrücken, dann muss ich es auch nicht mehr ausdrücken. Wenn ich jemandem mitteile, ich bin jetzt voller Wut, entspannt sich das, wenn der das hört. Dann muss ich ihm nichts über die Rübe, keinen über die Rübe hauen. So, und mit dieser Kommunikation, das ist ja das, was als Kind nie gehört wurde. Das ist ja was Neues. Natürlich macht das riesige Angst, weil als Kind durfte das nicht sein. Also habe ich quasi das Gefühl, wenn ich das mitteile, werde ich quasi getötet. Das ist das, was verschaltet ist. Und da muss ich eben lernen und ausprobieren und gucken, wie ist das? Was ist, wenn ich das jemandem mitteile, werde ich dann dafür vernichtet? Und damit kommen dann neue Erfahrungen ins System und mit dieser Kommunikation wird dieser Druck abgebaut nach und nach und dann ist das, was das Leben, quasi was in der Kindheit unterdrückt werden musste, weil die Eltern damit nicht umgehen konnten. Das hat dann plötzlich Raum und dann ist der ganze Druck aus dem Kessel, der geht dann nach und nach raus. Und noch ein Schritt weiter ist dann irgendwann, wenn man das auch gar nicht mehr kommunizieren muss, dann ist es einfach nur wie so ein Energiezustand, der da fließt und man hat, man das kümmert einen nicht mehr. Dann muss man es auch nicht mehr mitteilen. Aber man soll es dann auch bewusst wahrnehmen oder verläuft sich das? Dann wird man dann müde dieser Signale vom Körper und es normalisiert sich? Ja, man ist dann so desidentifiziert und es hat sich so an diesen Energiefluss gewöhnt, dass es nur noch ein Vorgang ist, der einen nicht mehr irgendwie groß irritiert. Also jemand zum Beispiel, der im Shutdown war, sein Leben lang, weil er als Kind nicht wütend sein durfte, wenn der zum ersten Mal an die namenlose Wut kommt, das überfordert das System völlig. Da kriegt er Angst und das ist also fast ein Gefühl von Lebensgefahr. Und jemand, der diese Energie völlig integriert hat, für den ist zum Beispiel Wut einfach nur so eine innere Welle, wo man überhaupt nichts mehr mit zu tun hat. Das kocht so hoch und dann senkt sich es wieder ab. Aber ich, das ist wie so Zugucken beim Fernsehen. Hat ein bisschen den Eindruck, dass ich mir das abgewöhnen will, jetzt von der Absicht, auf solche Emotionen, auf solche Gefühle zu reagieren, mich neutral zu machen. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass es so auch bei anderen ankommt. Er hat so ein bisschen was Zombie-mäßiges, dass ich dann hinterher so alt, vielleicht ist das richtige, allglatt bin nach dem Motto, es gibt Emotionen, aber ich bleibe trotzdem stabil. Vielleicht kannst du den Unterschied nochmal andeuten. Ach so. Naja, das ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja genau andersrum. Im Shutdown und in der Aktivierung bist du ein Zombie. Da erlebst du ja nichts. Also weder im Shutdown noch in der Aktivierung bist du weg. Du bist nicht da, da ist kein Raum für Leben und Bewegung. Aber wenn du offen bist und das alles durch kann, dann lebt das in dir. Das sind Energiegefühlsbewegungen. Das ist die totale Lebendigkeit. Und du kannst es ja trotzdem ausdrücken. Du kannst ja deine Freude ausdrücken, du kannst deine Wut ausdrücken. Das war jetzt vielleicht, was ich beschrieben habe, eher so ein Meditationszustand. Aber du hast dann die Wahl. Also du kannst auch da mitgehen und das feiern und ausdrücken und teilen mit anderen. Also das ist kein, das ist eigentlich lebendig. Wunderbar. Du hattest das Stichwort Meditation gebracht und das vielleicht noch mal als Abgrenzung zu den Kniffen, die vielleicht, oder die tatsächlich verbreitet sind zur Selbsthilfe, aber möglicherweise nicht bis zum Ziel führen. Beispielsweise Meditation oder, na klar, Drogen oder du hast auch einige Stimmen in Richtung spezielle Praktiken anklingen lassen. Vielleicht kannst du dazu noch kurz ein, darauf kurz eingehen. Ja, also Meditation ist oder für viele der Weg, eine Lösung allein zu finden. Da wird versucht, eine Lösung zu finden, ohne ein Gegenüber, ohne andere Menschen. Und das ist oft so, dass solche Menschen in der Kindheit vernachlässigt wurden, zum Beispiel. Da gab es niemand. Und die Prägung ist so tief, dass da niemand ist, dass ich alles alleine machen muss. Ja, alles bewältigen, alles lösen, immer alleine. Das ist so tief, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist. Also diese Menschen, die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass das quasi eine Lösung im Beziehungskontext stattfinden kann, dass da was Neues entstehen kann, dass das schön sein kann, dass da was heilen kann, sondern die versuchen alles alleine und dann setzen sich auch alleine in die Meditation hin. und das führt früher oder später zu einer Katastrophe oder das funktioniert einfach nicht, weil wir sind nicht so gebaut. Ja, wir brauchen diesen Austausch. Und das ist, ja, also für Menschen, die jetzt quasi, die in der Gesellschaft verankert sind, die jetzt kein Problem haben, das Leben durchzulassen, wenn die sich zur Meditation hinsetzen, das ist was anderes. Die gehen da nicht in einen, also wie soll ich sagen, die sind nicht in einem Überlebensmodus von dem Nervensystem, sondern denen geht es ja ganz gut, die setzen sich hin und können sich dann mehr spüren oder auf eine andere Art spüren. Aber jemand, der traumatisiert ist, dessen System ist ja in einem Überlebenskampf, vielleicht in einem Shutdown und der setzt sich dann zur Meditation hin, das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und das geht nicht. Das funktioniert, also, das ist meine Meinung, dass das nicht geht. Dann ist ja, dann ist ja auch die Zuwendung zu einer anderen Entität, zu einer höheren Entität, wenn ich denn mit Menschen nicht klarkomme, ob das nun bewusst oder unbewusst mache, sprich die Verbindung zum Universum, zu irgendeinem Engel oder zu Gott, wenn man so will. Ist das ein angemessener Ersatzmensch, deiner Meinung nach? Ich meine, wenn es funktioniert, ist es eine Ressource, es löst das Problem aber nicht. Weil wir haben Körper und diese biologischen Teile, die brauchen andere Körper. Wir brauchen physische Interaktion. Wenn ich nach oben aussteige, kann es sein, dass ich mich dann gut fühle. Dann brauche ich auch keinen Körper. Dann brauche ich ja nicht inkarnieren. Dann bleibe ich einfach in diesen Sphären. Das ist ja wie rausgehen. Ich gehe dann aus der Erfahrung im Körper zu sein raus. Ich gehe in so energetische Räume und da ist nur Grenzenlosigkeit. Das ist sehr cool, wenn man da den Zugang hat. Aber es ist auf eine Art eine Flucht und es ist vielleicht auch spannend spannend zu sehen, wie das ist, wenn man wirklich im Körper ist und sich sicher fühlt und wirklich das Leben so hier auf der Erde erlebt, so in der Physis. Und das kann auch total schön sein. Und man kann immer sehen, das ist natürlich schwer zu beschreiben, so wie wenn man am Meer steht, kann man den Eindruck auch nicht beschreiben. Das heißt, es wird wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen. Es kann schön sein, frei zu sein, aber die Leute können möglicherweise, also mir geht es ähnlich, das schlecht festmachen. Ja, weil der Körper das vielleicht noch nie erlebt hat. Wenn in den ersten Lebensjahren die Not so groß war, dann ist der Körper, der kennt nichts anderes als Not und dann geht man natürlich raus. Entweder Dissoziation oder eben ins Spirituelle nach oben und dann kennt man das nicht. Und mir ging es auch so. Und ich habe dann irgendwann mal die Erfahrung gemacht, wie das ist, ganz in den Körper reinzukommen und sich sicher zu fühlen. Und das war unglaublich. Das war einfach Ankommen hier auf der Erde. Das ist das, was wir eigentlich suchen. Und das ist auch das, was mir Leute quasi ganz oft sagen, wenn ich mit denen arbeite. Und die suchen überall rum. Die fahren nach Indien zu irgendwelchen Kraftorten, zu Gurus, zu Meditationen. Die singen Mantren. Die machen das und das und das. Und wenn ich denen da... Die machen alles, nur die gucken an eine Stelle nicht hin. Nämlich, was passiert im Kontakt. Da gucken die nicht hin. Und wenn ich dann helfe, in den Kontakt zu kommen, dann kommt alles raus. Dann kommen Tränen und dann kriege ich im Prinzip immer das Gleiche zu hören. Ja, danach habe ich mein Leben lang gesucht. Nach dieser Verbindung. Wunderbar, wunderbar. Es ist auch deine Erfahrung. Ich kann mich erinnern. Es gab mal eine Studie vor langer Zeit, die da nahe legte. Wir brauchen als Menschen pro Tag acht physische Berührungen, um gesund zu bleiben. Also du hattest dann aber auch andere Sachen wie Zeit, andere Symptome wie die Zeitorientierung und die Selbstwirksamkeit als Hinweise gegeben, dass man möglicherweise erkennen kann, dass man tatsächlich noch trotz der ganzen Vernunft, trotz Erfolg, trotz sozialem Status möglicherweise eben doch in so einem Shutdown oder eingeengten Zustand ist. Ja, und das können Top-Manager sein, Politiker, Superreiche. Das kann jeder sein und das merkt man immer sofort im Kontakt. Ist jemand in der Lage, wirklich Kontakt zu machen, sich zu verbinden? Und das hat ja einmal diese Geschichte, wie es jetzt im Moment ist und es hat auch diese langfristige Komponente, was passiert, wenn wir zum Beispiel langfristig im Kontakt sind, dann passiert wiederum was ganz anderes und hält das derjenige aus? Kann der da immer tiefer reingehen oder muss der da vorflüchten? Und daran ist alles zu erkennen. Und jemand, der leidet, hat immer auf dieser Ebene ein Problem. Und umgekehrt, wenn es da hakt, dann leidet der Mensch und dann nützt ihm die ganze Karriere nichts. Und oft ist es ja so, dass zum Beispiel Karriere oder diese Hose, Arbeitsenergie, wo kommt die denn her? Die kommt oft daher, weil ich etwas kompensieren muss, zum Beispiel Gefühl von Einsamkeit oder Demütigung. Und was passiert denn da? Da passiert, dass wir, wenn ich, also nehmen wir das Karrierebeispiel, wenn jemand sehr erfolgreich ist, dann heißt das, er kann mit dieser Position, mit der Welt in Kontakt kommen, ohne dass diese Gefühle aktiviert werden. Ja, also er geht mit einer Rolle, mit einem Status, mit einem Selbstbild, mit der Welt in Kontakt und das aber so, dass er quasi davor bewahrt wird, dass alte Sachen aktiviert werden. Genauso zum Beispiel jemand, der Macht anstrebt. Jemand, der eine Machtposition hat, der kann, wenn er sich in diesen Machtzirkeln oder Bereichen bewegt, hat er ja Kontakt mit Menschen und mit der Welt und dann geht er aus dieser Position heraus mit der Welt in Kontakt, mit einer hohen Macht und das bedeutet, er vermeidet, dass seine eigene Ohnmacht spürbar wird, weil wenn er das auf gleicher Ebene macht, dann käme die ganze, die ganze Ohnmachtsgefühl, die Hilflosigkeit, die käme dann zum Vorschein und deswegen sind so Positionen auch einfach total interessant und oft kommt die Energie dafür her und auch zum Beispiel für Therapeuten und Heiler ist es ähnlich, also es betrifft mich auch. Ich arbeite als Heiler und arbeite mit Menschen und was passiert da? Ich trete mit Menschen in Kontakt und komme denen ganz nah und habe aber eine scheinbare Machtposition und Kompetenzgefühl. Also habe ich eine Sicherheit mit ganz viel Nähe, die ich unter normalen Umständen nicht habe. So und das macht die Sache unheimlich attraktiv. Schön, dass du das ansprichst. Vielen Dank. Ja. Das ist ja auch so eine Art, das ist schon eine Art, wie soll ich sagen, Missbrauchsgefahr. Ich habe selber mit dem Coaching in einigen Bereichen aufgehört oder das verschoben, weil ich gemerkt habe, eigentlich halte ich mir ja selber. Lass mich dafür bezahlen. So nach dem Motiv, vielen Dank, dass du das ansprichst. Und ja, es gibt ja auch Statistiken, dass die Menschen mit soziopathischen Tendenzen sich im Management und in der Politik in höheren Hierarchien konzentrieren. Möglicherweise ist das gar nicht genetisch, sondern möglicherweise sind das einfach nur stärker traumatisierte Menschen. Oder wie siehst du das? Naja, die sind nicht unbedingt stärker traumatisiert, sondern die im Prinzip jede Rolle in der Gesellschaft erlaubt uns, einen bestimmten Bereich von uns auszublenden, den nicht zu spüren. Jemand, der in diesen Machtbereich geht, der vermeidet, also, oder nochmal anders ausgedrückt, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, Nähe, Kontakt, Verbindung, dann führt das zwangsläufig dazu, dass alles, was nicht gelöst ist, aktiviert wird. Das heißt, jemand, der Ohnmacht erlebt hat in den ersten Lebensjahren, diese Ohnmacht wird hochgespült. Zwangsläufig, weil als Kind Nähe und Kontakt und Ohnmacht verschaltet wurde und sozusagen die Lösung ist dann erst mal sich zu trennen, aber wenn ich mich dann wieder jemandem annähere, kommt das alles hoch. Und wenn ich aber das aus einer Rolle mache, Chef, Politik, keine Ahnung was, Richter, sonst was, dann gehe ich in Kontakt und Verbindung, aber ich habe so einen Macht-Background, dass das Alte da nicht hochkommen kann. Und das heißt einfach nur, dass sozusagen, wir haben andere Spiele, also die Spieler in diesen Machtgeschichten, die haben einfach was anderes erlebt als zum Beispiel vielleicht, weiß ich nicht, Karriereleute oder Therapeuten oder man sucht sich einfach das aus, wo man in Verbindung gehen kann, ohne eben diese alten Sachen aktiviert zu bekommen. Und das ist das, was wir alle machen. Wir suchen alle Verbindungen, entweder nach oben oder zur Seite, zu uns selbst. Alles, was wir machen, wir suchen Verbindung mit der Gesellschaft einen Platz in der Welt und das machen wir, gestalten wir so, dass es für uns möglichst angenehm ist. Und das heißt im Idealfall einfach ohne Sachen, die hochgespült werden. Und wenn das gelöst ist, dann ist möglicherweise auch die Motivation für solche Positionen oder für Höchstleistungen, die fällt dann einfach weg. Um es ganz hart zu sagen, das wäre ja im Endeffekt, deine Arbeit wäre ja in altem Vokabular unterm Strich Wehrkraft zersetzend. Im Sinne, das scheint ja jetzt so, dass die hohe Arbeitsleistung und der hohe Erfolg auch wirtschaftliche von Gesellschaften wie Deutschland, Japan oder Korea oder Ähnlichem vom Prinzip ja schon Trauma basiert sind, dass es Systemimmanent ist, dass man eine wegbekommt, um dann in Arbeitskraft zu kanalisieren. Ja, die Menschen, die werden ja auch sozusagen in Diktaturen, werden die Menschen auch bewusst Bindungstraumatisiert. Man sorgt dafür, dass Bindungstrauma der Standard ist, der passiert. Da werden Bücher gedruckt und dann stehen da zum Beispiel Sachen wie ja, keine Ahnung, wenn ein Kind schreit, dann was schreien lassen oder Zucht und Ordnung und so weiter. Also das wird quasi von oben angeordnet, dass quasi Neuankömmlinge Bindungstraumatisiert sind und dann ist sozusagen die stabile Basis weg und dann sind das schwache Menschen, die kann ich nachher formen, wie ich will. Dann kommt die Schule und die Schule macht sozusagen den Rest. Schule heißt mentale Vergewaltigung über zwölf Jahre, vierzehn Jahre. Das heißt, ich kappe die Menschen, die Neuankömmlinge, die kappe ich von ihrer Wahrnehmung, von sich selber. Das heißt, die Wahrnehmung von sich selber und die Entfaltung, die eigentlich stattfinden sollte, um in die Kraft zu kommen, die findet nicht statt. Also ich kappe das und installiere dann einfach von oben mentalen Müll rein. So und dann, dann habe ich Menschen, die getrennt sind, ja, wie Bonsai-Bäume. die sind gewachsen, aber die sind nicht groß und stark und alt geworden und dann kann ich die kontrollieren, weil ein Mensch, der schwach ist, da brauche ich dann nur das richtige Programm installieren und dann macht er das und das ist das, was hier stattfindet. Wir sind im Prinzip eine Gesellschaft, die im Großen und Ganzen alles, was wir hier sehen und machen, nichts weiter als Bindungstraumata aus den ersten Lebensjahren kompensiert. Das sind Freizeitaktivitäten, Beruf, alles, was man hier sieht, fast alles. Wenn ich, Konsum, ja, Ablenkung, sich eine Position erschaffen, ja, irgendwie Karriere machen, ja, das dreht sich alles nur darum, um diese Zustände zu kanalysieren, also zu balancen und wenn, wenn das wegfällt, fällt die Energie für diesen Wahnsinn, den wir haben, weg, weil dann arbeitet sich keiner mehr zu tot, dann wird uns klar, was wir eigentlich brauchen, sind einfach nette Gemeinschaften, wir brauchen uns, ja, wir brauchen keine Politiker, wir brauchen uns in kleinen Gemeinschaften, Natur, unseren Platz, was wir gerne machen möchten und das war's und mehr brauchen wir nicht und wir müssen nicht den ganzen Tag konsumieren, um uns stabil zu halten. Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, das ist ja schon fast ein Schlusswort in der ganzen Methode und ein schöner Ausblick. Ich würde gerne noch mal zusammenfassen, die Methoden, die ich selber machen kann, die hattest du angedeutet, die hast du mit dem Rausgehen, Abreagieren, mit der Körperverbindung, mit dem Bewussten, Wahrnehmen, wo ich bin. Ein klein wenig neugierig bin ich noch auf einen Mind- oder Geist-Track für das Akute. Du hattest von Flugangst gesprochen und wie du das mit Termindenken sozusagen gelindert hast oder da durchkommst. Das war vielleicht noch spannend als Abschluss beziehungsweise bin ich auch gespannt, falls du noch was hast, was du den Leuten mitgeben willst zu dem Thema abschließend. Ja. Also das mit der Flugangst, das ist sozusagen ein etwas, was man einfach aus den Hirnvorgängen ableiten kann. Also wenn ich Angst habe, Panik oder im Shutdown bin, dann heißt es einfach, der Cortex ist offline und im Cortex sind alle möglichen Teile, wie zum Beispiel der Teil, der den Körper wahrnimmt, die Körperwahrnehmung, die Zeit, das Zeitkontinuum und so weiter. Und das heißt, wenn ich in eine Aktivierung gehe, dann gehen wir die Dinge offline. Körperwahrnehmung und Zeitempfinden verschwindet, weil im Überlebenskampf brauche ich keine Zeitplanung. Da ist nur jetzt. Wenn ich also das Zeitkontinuum anwerbe, indem ich mich zwinge, Zeitplanung zu machen, dann halte ich mir sozusagen den Cortex online. Ich zwinge den Cortex online, das mache ich deswegen, weil die Situation ja nicht gefährlich ist. Es ist ja nur, der Körper reagiert mit Angst, weil er glaubt, es ist gefährlich. Aber wenn der Flieger jetzt normal fliegt, ist es ja nicht gefährlich. Also kann ich ruhig den Cortex zwingen, dass der online bleibt. In dem Fall eben über dieses, über das Zeitkontinuum. Ich könnte auch mich zwingen, den Körper wahrzunehmen, indem ich mich ganz fest drücke. Das sind alles Methoden, um eben dieses Teil hier oben nicht offline gehen zu lassen. Und wenn das Ding online bleibt, dann bin ich hier jetzt und dann ist klar, dass es sicher ist. Das ist der Trick der ganzen Sachen. Es gibt also einen Hintergrund bei dem Gegenschmerzerzeugen, bei der Logik von Gegenschmerzerzeugen sozusagen, wenn du sagst, wenn ich mich fest drücke, kann ich mich daran erinnern, dass ich noch da bin oder ist das nicht das Gleiche? Naja, auf eine Art schon, wenn ich mich, es geht nicht um Schmerz, wenn ich einfach so drücke, dann gehen Signale durch den Hirnstamm, durch den Thalamus, in die Insula und dann springt die Insula wieder an. Wenn ich erstarrere und mich nicht mehr bewege, dann geht es in Richtung Shutdown. Das ist einfach der Grund. Ich sorge dafür, dass die Hirnregionen wieder anspringen. Ich weiß auch, der Reflex von Kindern, sich an Eltern zu klammern in bestimmten Situationen. Schön, also mich drücken und in der Zeitachse bleiben. Das ist doch befreiend, weil oft gesagt wird, dass mentale Sachen gar nicht angebracht sind. Man soll nur fühlen und so weiter. Ja, nur fühlen, das ist bei den Sachen tödlich. Also das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Diese Anweisung mit darin sein und alles fühlen, das kommt ja aus der Spiritualität. und das geht eben, macht keinen Sinn, wenn der Körper in der Aktivierung ist, wenn der Körper glaubt, er ist in Lebensgefahr. Macht es keinen Sinn, das auch noch fühlen zu wollen, weil dann hilft man dem Körper sozusagen noch tiefer da rein zu kommen und der Zustand passt ja nicht zur Umgebung. Wenn ich also im Shutdown auf die Idee komme, jetzt muss ich die Erstachung fühlen oder jetzt muss ich da alleine ganz da reingehen, dann gehe ich noch weiter in den Shutdown. Also ich muss das Gegenteil tun. Und ich muss mich bewegen und mich zwingen, dem nicht zu folgen. Und das ist was anderes als passiv, weil dieses Sein und daran fühlen, das ist was Passives. Und die Selbstregulation, das hat was mit Aktivität, mit Selbstwirksamkeit zu tun und nicht mit Ohnmacht und sich irgendwo hineinergeben, weil das ist ja das Trauma. Ich bin was ausgesetzt und kann nichts machen. Deswegen ist das der falsche Ansatz dann. Aktiv ins Handeln kommen. Du hattest dann auch auf die Gefahren hingewiesen, die Spiritualität mit sich bringt. Also gerade irgendeine Instanz alles abzugeben oder die Zeitachse komplett zu vergessen mit dem Im-Jetzt. Vielleicht ist das ein bisschen komplex, weil du hattest ja gesagt, klar, das Im-Jetzt-Hier-Sein ist ein wichtiger Teil des Verbindens, aber andererseits kann es gefährlich sein, wenn man die Zeitachse komplett verliert. Also das ist jetzt funny, weil jemand, der im Shutdown ist, der hat kein Zeitgefühl mehr, weil dieser Teil im Hirn offline ist. Jetzt kann der natürlich das verwechseln. Der hört jetzt hier, ich soll im Hirn jetzt sein, es gibt keine Zeit. Dann sagt er, super, bin ich doch die ganze Zeit. Das ist aber nicht dasselbe. Und das Kuriose ist, damit so jemand in das Hier jetzt kommt, wo keine Zeit ist, muss ich erst mal helfen, dass das Zeitempfinden wieder da ist, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, jemand, der in der Erstarrung ist, der ist zwar hier jetzt, aber das ist unbewusst. Der hat einen hohen Aktivierungsgrad, das ist aber unbewusst. Und der kommt zu sich eben mit diesen Sachen, mit dem Zeitempfinden und Körperempfindung. Und wenn das ganze Ding wieder da ist, also hier oben, dieses Teil, dann kann der auch wieder quasi hier nach hier jetzt kommen und diese Ideen von Zeit wieder loslassen. Aber nicht aus dem Shutdown in die Meditation und dann sagen, ja, ich bin ja schon da. Klar, vielen Dank für die Klarstellung. Sehr schön. Gedecke. Wir haben relativ hohes Zeitpensum. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich glaube, jetzt kommen wir an die Schallgrenze. Möchtest du vielleicht den Leuten noch irgendwas mitgeben oder meinst du, okay, jetzt haben wir den Bogen einfach so, dass ich hier schon ein bisschen erkennen und helfen kann? Ja, vielleicht so die Essenz ist, also was jemand, der zuschaut und vielleicht Sachen hat, wo er nicht mit klarkommt oder die er nicht lösen kann. Der Punkt ist, weg von dem Fokus auf die Symptome und hin, dahin, in Verbindung mit Menschen zu kommen. Wir können das alles darauf reduzieren. Wenn wir es schaffen, untereinander in Verbindung zu kommen, löst sich der Rest auf. Also statt sich auf die Veränderung von Symptomen zu konzentrieren, konzentriere dich darauf, in Verbindung, in eine ehrliche Kommunikation mit anderen Menschen zu kommen. Das ist der Weg der Heilung. Und solange es Leiden gibt, ist das der Weg der Heilung und es macht keinen Sinn, zu versuchen, in Samadhi zu kommen, wenn ich nicht weiß, wie ich mit jemandem in Kontakt und in eine schöne Beziehung kommen soll kann. Wow, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Gopal. Das ist sehr beeindruckend. Ich habe jetzt Lust, schon meine Beziehungen neu zu gestalten, neu zu erleben. Ich glaube, es wird vielen Leuten helfen. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen sind. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Teilen deiner Erfahrungen. Gerne. Und ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwie anknüpfen können. Gerne. Hat Spaß gemacht dann. Bis dann. Danke nochmal. Ciao. Ciao.